Ich hasse wo es mal alles ich werde auch noch ein video an hashtag wir gegen buchst meine lieben freunde heute mal eine runde survival games heute ist mal nichts gleich weil heute ist alles anders heute wollte ich über ein thema reden was in meiner meinung nach sehr schlimm finde also wie ich das mitbekommen habe jetzt ist halt so ich wollte was sagen ich bin voll gegen buchst du mal alles ich werde auch noch video an hashtag wir gegen buchst du mal weil ich hasse buchst du mal buchst du mal sind die schlimmsten personen der ganzen welt es fängt an mit buchst du mal die krieges gesperrt man buchst du mal in wasch und so es ist einfach mega scheiße ich hasse buchst du sorry dass ich sagen muss aber brust beim sind einfach nur nicht zu gebrauchen also buchst du mal können einfach gar nichts pvp technik ist technisch jetzt können die einfach nicht einfach nur ein lappen sagen wir es so sollte einer das video sehen und sollte sehen ah ja der klagt sich gegen buchst du mal und er schlecht findet dann gibt doch bitte ein dislike wenn der buchst du mal seiten so scheiße seit wenn ich bin voll gegen buchst du mal sagen muss aber wie war ist es halt so ist ich hab's mir sehr lang durch den kopf gehen gelassen sollen ob ich dieses video drehen soll aber ich bin zu dem schluss gekommen dieses video zu drehen ich bin einfach mega gegen buchst du mal sorry dass ich sagen muss ich bin einer der keine buchst du mal leiden kann krefer sich das trotzdem heißt dass ihr vielleicht weil ich das video jetzt mache vielleicht nicht mehr buchst du in den runden weil was soll die anderen machen wenn ihr buchst du haben die anderen keine chancen was soll jeder machen schreibt doch bitte mal in die kommentare was ihr dazu sagt was sagt ihr gegen buchst du mal ob er die gut findet ob er selbst einer seite gehört bitte bitte auch ist eine bitte an euch alle wer will mich spielen wenn es die ganze zeit buchst du mal gibt die ganze zeit die leute runter sparen etwas wer will das so bitte also leicht bitte das video wenn ihr der meinung seit es gibt zu viele buchst du und es sollten wirklich weniger buchst du mal werden dann bleibt das video disliked das video wenn ihr selbst ein buchst du mal seid das video nicht gut findet weil ihr einfach ein buchst du mal seid und ja leute dann haut rein lasst bitte ein abo und dann kommt da da und tschö leute tschö bis zum nächsten Mal